Herzlich Willkommen zu einer weiteren Heroes of the Storm Folge. Wieder mit dabei der Olli, der Erik und den Typ, den immer noch keiner will, Marcel. Guten Tag. Warte mal. Wir haben dir gesagt, mute dich. Okay. Oh, der hat sich echt gemutet. So, diesmal haben wir alle einen anderen Champ geholt. Und Tyrande spiele ich und der anderen halt irgendwelche heißen Missgeburt. Denn abwechslungsreich ist halt gut, ne? Mal sehen, wer die bessere Tyrande sein wird. Ich bin sehr gefühlt, ey. Mal den Wohl. So, wer warte, wer war ich? Ach genau, ich war Muradin. Erik, du wolltest mit mir, oder? Ne, ne, ne. Wer wollte mit mir? Ich komm mit dir, komm mit. Hä, was? Hä, hä? Mit wem geh ich am besten? Dann geh hoch mit Marcel. Jo, Marcel, du tankst für mich, gell? Ja, hä? Ah, da muss ich nach O. Nein, 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 nein. Die geht überall rum. Eigentlich kann man die nicht alleine lassen. Okay. Alles klar. Dann kannst du mit ihr auf eine Lane gehen und ich gehe nach oben und hoffe, dass es die einzige ist. Eigentlich musst du eher... Engage, motherfuckers! Okay. Wenn ich laufen würde. Oh, jetzt geht die alleine. Also, das ist diese Map mit den Spinnen, ne? Also, ich vergesse, Kristalle einsammeln und immer wieder abgeben. Äh, da ist bereits einer in den Büschen. Nur zur Info. Ah, da sind zwei. Oh, guck mal, der hat die Kaufe gegenstände. Ich habe keine Ahnung, was hier... Ah, okay, ich kann es dann... Ach, da, wie... Alter, was war das für ein Angriff? Hinter dir, ich kann es... Alter, Alter, ich bin tot. Ey, du musst aufpassen. Ah, ich kann mich healen. Die Tussi da ist richtig krass. Ja, ich weiß, die nervt. Ich spiele das ja nicht zum ersten Mal. Ja, dann ist ja gut. Aber die ist auch übel tanky, finde ich. Alter, geht zum Halbwohnen, Marcel. Ja, Mutti. Mutti. Alles klar. Ja, wo ist meine Minions? Oh, da bist du dann. Gegen Sylvanas bin ich natürlich... Ja, das musst du aufpassen, weil der halbt sich nicht da hoch. Alter, bist du blöd, du legst die Abloh als FN-Camp-Bahn. Bleib dann weg, ne? Dann war ich so. Ey, scheiße, jetzt haben wir die Teilnet eingesammelt. Ja, ich lauf hin. Oh, nein. Oh, ich komme hier nicht mehr hier hin, sorry. Okay, die gibt es schon ab, gleich. Vorsicht. Fuck, nein. Der ist fast so, dass dieser T-Way wieder heisst. T-Way? Alles klar. Ach, nee, der ist wieder da. Ach, komm. Kriegst du den nie genug. Das ist Talke. T-Way. Nice. Fuck, ich bin gestorben. Da ist die VR, die hat, nee, die hat nichts abgegeben. Der Erge, pass auf. Ja. Nee, das ist scheiße als Unterstützung, du bist so, so weich. Das gibt's nicht. Ey, diese Fotze da, mit den zwei Schwertern, die ist so krass stark. Die halte ich die ganze Zeit wieder hoch. Mega nervig. Tja, passiert. Hallo, mein Freund. Vergesst nicht, die Kristalle einzusammeln, da auf der mit Lane. Ja, warte. Mit Lane, sagt sie nicht. Achso. Jetzt hab ich sie extra gestandt, um die Dinger einzusammeln. Alles klar. Ja, egal. Habt ihr reingesammelt. Auf den... Ich hab voll Angst, dass die einfach so rauskommt. Gib die mal ab. Auf den Tower, musst du. Wenn möglich. Ich sag, ich geb die mal ab, wenn möglich. Ja, chill. Okay, ich muss raus. Ich vertrag nicht so viel. Ich vertrag nicht so viel Alkohol, oder? Ah, toll, jetzt geht der auf mich auch noch. Okay, pass mal auf, dass die nicht zu mir kommt. Ja. Gut, du machst das, ey. So, beim Pierengriff. Jetzt hätte ich mal ein bisschen mehr aus. Er, geh weg da. Oh, ich hab jetzt auch so Vampir-mäßig. Toll, du beim Pieren. Okay, ich geh mal zum... Er, geh du aus ab, ne? Ich renne. Da, ich versuch's. Oh, ich hab nicht sterben, es gibt so viele. Oh, wo seid ihr motherfuckers? Ich hab sie noch mal gestunnt, gut. Nein, dieser Vollidiot. Also, hier sind noch zwei, äh, Dinge. Wir können uns gegen den Ausrichten. Na, ja, fuck. Ja, jetzt sind sie weg, schade. Ich versuch's zu füchern. Hast du es geschafft, sie abzugeben? Ja, ja, ich hab acht Stück abgegeben. Okay, okay. Dann ist gut. Ich hab's nicht geschafft, meine abzugeben. Das waren acht Stück. Ich wollte meine... Ja, das ist ganz wichtig, auch wenn ihr nur vier habt oder so. Bevor ihr sterbt. Ja, ich weiß, aber die kam, als wir abgeben wollten. Ja, wir werden vielleicht nach unten entgehen sollen, dann werden wir auch fertig geworden. Ich geh mal in die Midlane. Nein, ich konnte nicht mehr hielen. Scheiße. Oh, guck, drei, die gibt's schon mal ab. Ey, Marcel. Die hat acht. Mach die Wem. Schnell, komm, komm, der Schopper Sergej. Ah, ne, nicht noch eine. Hab ich grad geleckt oder so? Könnte sein? Los, drauf. Jawohl, nice. Einsammeln, nächster. Ja. Alter, ich geb erstmal meine Kusserl, die sind wichtig. Sieben Stück. Ja, gib sie ab. Okay, pass auf, dass die anderen uns nicht holen. Marcel, gib sie einfach ab. Dann haben wir plus zwei, das ist gut. Hey. Pass auf, da ist Diablo. Da kommt der Diablo. Die Diablo ist groß. Hab ich abgegeben? Ja, anscheinend. Nein, ich habe das falsche angeklickt. Ey, die kleine Schlampe lässt aber auch nie mich in Ruay. Die lässt ein Nino oder was? Ja, anscheinend. Pass auf, die kommen von... Ding. Ihr seht auch zu viert, ach du Scheiße. Ja, passt halt auf. Welkens hab ich auch mal eine Kristalle abgegeben. Wow, fuck. nicht so schlecht nein ihr müsst zum mittleren haben die gott getauscht und ihre mission jetzt irgendwie das war ziemlich blöd dass sie alleine kann ich das sind ja alle ja wenn ich abgeben könnte was war das jetzt haben wir schon okay ja ich habe jetzt noch sechs stück ja ich habe jetzt auch weil er jetzt habe ich bin auch im killing spring ja ich krieg die schmerz getrackt scheiß bodyblocker also wie die es nicht bekommen bodyblock aber ich habe elf kristalle was auch was auf die konsumieren zu halten ich habe noch zehn sekunden dann kann ich mich hier ich komme zu machen unsere spinne auf der oberen land ist die spinnkönigin ja kann die jemanden unterstützen auf der top lane ja ich gehe nach warte ich immer zurück zur base kurz ich gehe nach oben macht das weil ansonsten die auch mal nach oben der gepasst auf lassen aber bereits die haben warum die sehr unsicher dann brauchst du eben schaden das sind bereits beide spacken alter ich komme nicht weg das ist alle drei das sind alle drei das reich ich komme nicht weg ich muss unbedingt wenn unsere top top lane stirbt die die spinnkönigin muss ich abgeben alle schicken mich alleine los unbedingt ab komm du schaffst gut bin ich zurückgekommen das sind vornflächer kämpft ich mache das nicht eigentlich mal okay nice das habe ich konnte endlich mal dieses mal des jägers aktivieren der gegner scheiße ach so ja ich dachte mir das ist scheiße aus dass er gehen ja ich renne ich habe jetzt gerade sieben zusammen bekommen aber ich weiß nicht muss die leben erst mal bevor du weitermachst ja ich habe da glaube ich nichts mehr ich habe noch zehn sekunden ja ich schaffte ein hoch auf meine ulti nicht wir hatten mal das jägers die mann du machst mir schaden heute heute vor du sterbst du bist aber auch schau dass du aus dem ziel nicht rausgesehen habt ihr die spieler kommt man fort der ist tot es darf ich bitte lasse mich nein wer kommt dann hat meine madre gegen die was alle haben mich geboren die blocken die blocken also ich soll ja leute das macht meine ulti und sind zwei ja ich spiele zum ersten mal ich glaube ich brauche leicht hilfe ja ich bin doch bei oli was willst du ich habe die spinnenkönig und gestern da die eine barbare der bahn sehr gut muss deine teile abgeben ja mal durch die barbaren fortzitter dies warst du ja kommt hier halt mal auf die bot lane was seit dieser schatten warte ich gebe gleich mal wir sind alle getarnt natürlich rollen oh nice habe ich damit gekillt ok jetzt bin ich aber am zenith lol ist der schaden abgeben 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 da kommt eine von oben das ist das ist nur silvana sie machen doch ich habe keine leben und ich habe kein mana leute ich bin tot ich bin tot ich bin tot oh mein gott folgt so viel ich habe sie alle gerettet ok gut ja dann macht rein ja was war jetzt unsere ich habe eine kristalle ich gibt sie habe ich gibt sie habe ich gibt sie wissen ich habe übrigens immer noch weil ich noch lebe nein wer ist denn gestorben eric ich bin gerade gestorben marcel warte auf die da bleibt bleibt zurück und warte bis wir kommen leute ich bin auf dem weg oder ich glaube ich glaube ich bin ein bisschen mitte dann hole ich noch die kristalle dann die dort sind wir gehen alle zu uns sind so schön sollen die halt ich bin ja kommen ja leute liegen in führung wenigstens haben wir ein bisschen mehr ein bisschen mehr erfahrung level man hört er kommt die ablos ist doch safe er kommt macht die apple weg ok jetzt schnell eric auf erst mal auf die untere sammeln die kristalle ein recker diese kristalle nein jetzt sind sie alle weg jetzt musst du fliehen macht dich nämlich alter der hier holt sie ist ja auch ungefähr das gleiche wie meine ja da ist jetzt haben die ganze kristalle weggeschmissen doch weg von mir das team von der teamfighter war nicht kurz teamfighter ziemlich scheiße ziemlich blöd dass wir neben dem tower waren wir gehen in der mitte ich gehe nach unten wir gehen bot und mit und top kommt dann auch lange hier sind in der mittel lane ok wenn jemand hat du kannst doch über deinen eigenen und gib gleich ab ja aber da sind so viele gib gleich ab serger ja warte ich hab wir haben ja noch drei leute leute die schlampe will aufs maul ja das nächste ja bleib in der ulti ganz schlau ok alles klar gut job da kommt der nächste die nächste sauter hier bringt ja mega ok ich geb ab pass auf die runde unten lasst du einfach kommen weil wir sind jetzt alle da wir hätten die weg machen kann ja sie soll kommen aus aus dem alter was selbst hat es mir auf die dinge raus zu gehen hallo körpergröße gewicht naja du bist auf geschwindigkeit das weg da wenn die da ist das können wir könnten die besiegen weil ich habe mal des jägers und meine ulti das sind drei sogar aber auch meine ulti ja pass auf jetzt sind die alle auf die eine schau die bekommen 50 prozent mehr schaden also wenn ich das richtig verstanden jetzt hau raus aus dem turm das mache ich jetzt ist mir egal easy lasst mal abgeladen genau ja lassen wir aufgehen muss ich auch kurz sagen hat jetzt voll gebracht diese scheiß pferde zu mir passt auf na geht am besten mit lane pushen mittler ja weil die gehen jetzt alle wieder top er bot zum verteidigen oh da war die hau drin wo das das loader so dick macht alter das kannst du mir nicht erzählen ok gut ja der hat gedacht er holt ihr der kommt helfen aber da hat er pech gehabt da kommt die rande ab nach und frontbrecher camp übernommen ich habe nicht geschafft sorry ich wollte ich gerade noch wollten aber ein bisschen durch er macht so bekomme ich so viel schaden aber wenigstens einer wie lange gegen ihre ulti wird der fahrt das war ihre ulti die mir so viel schaden gedrückt hat ich glaube dass mit den zwei klingeln ist die ulti oder von der sonne keine ahnung auf jeden fall irgendwas hat mich die ganze zeit hat mir die ganze so viel schaden dass das was sie das machen was ja du kriegst ja nicht mehr außer mit einem fall vielleicht naja wenn du zielen können ja du musst ein berechnen dass der typ läuft das ist das einzige was eine recht ist es halt echt echt so meine ich marcel und marcel immer ding abgeben und rolle du auch ja ich sammle die 233 teile ich gehe auf die top lane können wir können auch versuchen den boss zu machen also so so ist ja nicht nur so ich würde was sagen ist pc lemon squeezy ist da los nächste da der ist betäubt er ist tot so weiter musste ich jetzt das opfer spielt für die media wieso das opfer spielen sagt ja auch noch opfer muss halt mal aufpassen auf deinem leben volle gibt ab dann habe ich heute ja weg können eigentlich hat die noch viele leben also die vorgibst königin heute sollte ich kann auch nicht mal ich mache mal weiter auf der top lane haben können wir wenigstens etwas noch durch pushen ja jetzt kommen auch noch die spinnen kommt alle am besten mit dann pushen wir einen durch ja das passt schon wenn ich umlangen denke ich ne ne bleib und bleib unten bleib bei ihnen weil dann haben sie noch einen grund mehr bei euch zu bleiben habt ihr eigentlich in den chat gesehen sieht euch sieht aus meine sächte nur noch das euch ok gibt es ne passt auf ich kann mit ja ja ich habe es geschafft rauszukommen alles ja bloß noch mal gestorben ich muss weg von halt anstatt dass sie weiterläuft ach so die konnte nicht weiterlaufen ist er weg Sergei Sergei heil mich Tyranse tickt halt nice die Gegner Tyranse tickt halt ihre ok tower kaputt machen er hat mir die Tau zu zerstanden soll ich auch hoch ok nice also es läuft grad mega nice muss ich sagen ah ich heal aber auch krass hoch ne diese 900 sind schon ziemlich viel beim hochgehen finde ich pass auf der tower macht äh 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 ollie bring deine kristalle sofort weg jetzt ja kann ich nicht weil wir noch die spinne haben aber lass mal back Sergei vor allem neun sekunden Sergei komm ja ja warte ja was reicht mir dann ich muss rennen ja dann haben wir schon wieder 30 stück drin ja nice ok nur 19 aber ne mit Marcel zu 2 ne mit Marcel zu 2 äh 30 aber gut das schafft man schon und guck dir das mal an dann sind wir schon wieder gleich auf mich zu bodyblocken ey ok ich geh mal zurück weil ich hab 10 kristalle lass den boss machen ganz oben leute ok komm boss fliege ich auch keine ich brauche ein bisschen mehr leben in 60 kunden habe ich das zeug und ich möchte euch erst mal meine warte ich habe mich eigentlich muss man denken was ja so stimmt es muss ja noch einnehmen vergessen wir haben auch einfach so dass sie alle in der mitte alle in der mitte da gehen wir oben oben zusammen mit unserem boss lassen die lasse am mitte lassen mitte weil die sind gotter und die wollen jetzt auch pushen ich will es schaffe ich will es schaffen ja los los sind alle da die machen gerade mit ist da du stirbst heute noch kommen wir machen da so viel schaden gut ich habe gebraucht hilfe vorbei ist schon trainer unser post ist schon oben eingebrochen scheiße da ist noch ach nee denn deren zeug bleibt noch kommen durch das mal des jägers ne bekommt sie noch mal mehr schaden die ablose hinter mir die ablose macht mich wo bist du auf der top ja dann gehen wir weg er weg ich versuche ich versuche zu kommen eric geht durch die wand komm komm den krieg ich doch verdammt ich hab fast die wald war scheiße an der fähigkeit zu kriegen nein scheiß diablo fack der wird geil bring deine kristalle weg schnell ollie kommt bringt ist alle weg ja damit ist den gleich wieder voll wie viele fehlen uns achten bis 13 gott dann habe ich meine 10 ja macht schnell voll weil die sind gerade vorne ich will die die sagt ist immer so kommt die sonne kriegt ihr der fall des jägers auf die bekommen wir schauen die bekommen wir schauen leute ich habe ich habe jedes passen wätsch getreckt noscope für 60 nein jetzt ist schon wieder aus meinem stand raus die dumme und da kommt auch noch mal ein bisschen turm ja hätte die jetzt kein ding gehabt kein lassen wir das ding holen und er kommt jetzt muss ich aus diesem scheiß laser strahler der ist einfach zu krass hält mir mal nice ey wieso greift der scheiß tower mich immer an der tower greift schon wieder an geh drauf geh drauf ich geh drauf ich halte dich ich darf noch nicht sterben ja nice gut lassen wir die spinne holen nice 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 komm es ist neue alles klar nice ja komm alles klar und dann haben wir die spinnen wieder jetzt verpiste doch halt mal oder ja einer muss noch abgeben warte ich mach den zu oh man haben die aufgegeben oder haben die gewonnen wie oft ist ehrlich diablo gestorben ich hab ihn schon zehnmal ich glaub ich hab ihn irgendwie sechste mal getötet den kerl ah der arme zwei spiele zwei siege bisher beste rate beste kd die wir haben können gut ich würd sagen wir sehen uns dann im nächsten spiel hau 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 warte mal und damit haut rein tschau bis dahin tschau nicht die die nach ich Bis zum nächsten Mal.